hallo freunde willkommen zurück ich bin auch da hallo hallo isi die ist unterwegs die besorgt holz holz ich möchte wir haben zwei neue agis knallbunt und für die zucht anzufangen müssen wir erstmal die agis auslagern der hof ist so voll richtig so ich habe hier oben ich habe was total ist verrückt dankeschön ich habe hier oben was aufs leben hingestellt vier von dschen ich möchte gerne unten das zu machen und dann ich möchte um so ein würfel bauen aber auf die spitze betreibt es auf die spitze ich bin gespannt ich bin so und kannst du dann hier drunter ein futter trocken stellen ja das ist der plan so ja wir haben zwei ags also ein pärchen das gute werte hat 1 40 39 ja die müssen wir erreichen oder besser mutation und damit sollten wir dann mal anfangen weil wir wollen zum boss gehen naja das haus noch nicht mal fertig gebaut aber mit der zucht muss man halt anfangen das dauert halten bis die richtigen werte rauskommen ja und einer von den bunten agis war nur weil das mut gefallen hat ja der das ist eine luftpumpe aber auch unter 30 aber eben zur zucht taugt er nicht ganz schlechte werten so mein freund die hätte ich schon gibt mir mal ein paar hier von ein paar das mit dem holz ist so eine sache da muss man ganz schön laufen dass man was zusammen ja so unter das brauche ich erst mal als grundstützen ja super was richtig vielleicht reicht das schon also umdrehen und das ja ich glaube ich wird ein agi brauchen beziehungsweise gibt mir mal ein bisschen davon dass man immer so schnell voll ist ja die bauteile die wiegen hölle viel ich bin gespannt ob das alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle den anfang klappt aber dann weiß ich nicht da wollte ich den baby lustruf verhauen blöde raptor habe ich gerettet 140 indem ich mich nach hause brauchen wir so dann ein der bei den agis steht und die pusht so ich habe da war was mitgebracht komm mal mit nach hause kleines ding wie ist das hier ist dein ernst aber bärchen geben sondern ich hungert auf dem weg bis nach hause so bist du denn so sie ist der 140er lustro ja gerettet vom raptor das ist ich hoffe das sieht von außen besser aus als von innen ja guck so ach der bau hat seine zeit hallo ist die lustromasse ja nicht du ich habe mal vorbereiten aber ich komme niemals am ziel wie das bisschen so ich glaube das ist dann die mittelfläche das ist groß genug so wie viel brauche ich noch 1 2 3 und noch eine ganze menge so das ist schon wieder zu viel verrücktes bau ich habe schon viel blödsinn bei abgebaut aber das ist das ist eine nummer und noch so Oh! Ich muss... Brauch mal... Also die Base ist noch gar nicht fertig und kann ich von hier bauen. Komm mal ein bisschen näher. So, steht er hier, kann rauswachsen. Hast du den Holz reingetan? Den habe ich noch im Dings hier draußen. Muss ich nur noch ausladen. Pass auf, kann ich die Matze nicht ziehen? Ja, 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 komm schon. Zwei Stacks, ja gerade so. Kannst du mal mit ausladen? Nee, kann ich nicht. Ach, kannst du nicht. So. 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 Die Maschinerie läuft. Säule habe ich neun, das wird wohl zu wenig. Nächster Sturm? Ja. Perfekt. Ich level sowas von schleppen. Wir haben uns entschieden, auch Klamotten mäßig mit Gilly. Ja, wir haben Gilly inzwischen drunter. Der hält noch mal ein paar Punkte besser gegen die Wärme als die Wüstenklamotten. Man tut ja, was man kann, ne? Bei diesen nervigen Wetterverhältnissen. So, die Säule, die ich auch setzen können, hab ich vergessen. Machen wir sofort. Ja, ich muss mehr Holz holen, das seh ich schon. Es geht schneller weg als... War keine Beschwerde, ich fahre mir ja gerne. Jaja. Das sieht ja sowas von rukig, ne? Ja. So. Foundation Etik, also... Und dann gehen wir schon mal das mal setzen, ne? Ja. In dem Gebäude unten kannst du dann, äh, den Futtertrog, ne? Ach so, Futtertrog, ja, mach ich dann. So, gleich kann ich schneller laufen. Nach welchen. So. 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 So.